Ich begrüße Sie zu unserem Podcast-Interview mit dem Schriftsteller-Ehepaar Inni Glocke und Elmar Wohlrath, noch besser bekannt als Inni Lorenz. Anlässlich der Pressekonferenz des Theater Nikola zur Inszenierung der Wanderhure im vergangenen Januar in Landshut habe ich die beiden gefragt, ob sie für einen Podcast zur Verfügung stehen würden und sie haben sofort Ja gesagt. Vielen herzlichen Dank dafür. Mein Name ist Thomas Ecker und ich bin der Regisseur der Landshut-Wanderhure-Produktion, die am 18. Mai Premiere feiern wird. Ja, ich sitze hier einem Autoren-Ehepaar gegenüber, das einen Bestseller nach dem anderen schreibt. Ihre Bücher erreichten bis 2023 eine Gesamtauflage von sage und schreibe 20 Millionen Exemplaren. Inni Glocke und Elmar Wohlrath schreiben aber auch unter anderen Namen wie Mara Volkers, Sandra Melli, Nicola Marni, Nike Ander, Diana Wohlrath, René Milan und Annette Landgraf. Nach ersten Veröffentlichungen in Fantasy und Science-Fiction Fanmagazinen erschienen Texte der beiden in Anthologien von renommierten Verlagen wie Goldmann oder Heine. Im Jahr 2003 brachte der historische Roman Die Kastratin den Durchbruch für Inni Lorenz. Alle folgenden Romane schafften den Sprung in die Bestsellerlisten und erschienen auch als Hörbücher. Der bislang erfolgreichste Inni Lorenz Roman ist Die Wanderhure. Das Buch wurde 2009 mit Alexandra Neldel in der Hauptrolle verfilmt und am 5. Oktober 2010 von Sat.1 erstmals ausgestrahlt. Im Jahr 2013 wurde Die Wanderhure von Gerold Theobald im Arn und Simrock Verlag für die Bühne adaptiert und bei den Bad Hersfelder Festspielen 2014 uraufgeführt. Es folgten Inszenierungen der Freilicht-Sommerspiele Südtirol auf Burg Runkelstein bei Bozen, auf der Naturbühne Trebgast sowie auf Burg Stettenfels in Baden-Württemberg. 2016 nahm sich die Plattform für freie Theaterproduktion in Theaterlust der Wanderhure an und ging mit ihr auf eine Tournee durch 42 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Theater Nikola Lanzhut spielt die Bühnenfassung der Wanderhure ab der Premiere am 18. Mai 2024 an elf Terminen in den Stadtzellen Bernlochner in Lanzhut. Weitere Informationen zu dieser Produktion gibt es unter www.theater-nikola.de. Liebe Frau Glocke, lieber Herr Wohlrat, wie ist eigentlich das Pseudonym Inni Lorenz entstanden? Nachdem wir ein Kinderbuch mal herausgebracht haben, auf dem unser beider Namen standen, hat der Verlag gesagt, wir sollen etwas Kürzeres nehmen und wir wollten eigentlich Inni und Elmar Lorenz. Aber das ging nicht mit den damaligen Buchhändlern. Im Buchhandel konnte es nicht gefunden werden online. Es kam nur entweder Inni Lorenz oder Elmar Lorenz oder überhaupt nicht zu finden. So hat der Verlag uns gebeten, ob wir doch nur Inni Lorenz nehmen. Und da der Name Lorenz eigentlich nicht der Vorname des Vaters meines Mannes ist, Lorenz ohne dieses Tee, hat Elmar dann zugesagt, weil er sich doch in dem Namen wiederfindet. Das Tee hat er da reingesetzt in den Namen, um es einen Nachnamen draus zu machen. Wie sind Sie überhaupt zur Schriftstellerei gekommen? Ja, eigentlich war es so, ich habe schon als Kind sehr gerne gelesen. Und irgendwann, so mit zwölf Jahren, sah ich einen Fernsehbericht über Karl May und habe den mit Interesse gesehen. Und irgendwie kam dann der Wunsch auf, es diesem Mann gleichzumachen, auch zu schreiben, seine Ideen zu verwirklichen und in Buchform gelesen zu sehen. Das kam dann weiter. Ich kam zu einem SF-Club. Die haben ein kleines Magazin herausgebracht. Ich habe meine erste Geschichte mit der Hand geschrieben. Und der hat unserem damaligen Vorsitzenden so gefallen, dass er sie abgetippt und in das Magazin gebracht hat. Und ab da ging es dann weiter. Ich habe mir dann selbst eine Schreibmaschine besorgt. Und naja, es ging und ging und ging. Ich habe als Kind sehr, sehr viel gelesen und hatte irgendwann mal den Wunsch, selbst Geschichten zu schreiben. Ich habe angefangen mit Anekdoten, die unsere Hundezucht betrafen. Die Hunde haben so allerhand angestellt, auch teilweise mit meiner Hilfe. Und ich habe dann die lustigsten Sachen aufgeschrieben. Und daraus entstand von mir der Wunsch, auch andere Geschichten, die ich mir eigentlich nur so ausgedacht habe, niederzuschreiben. Aber da ist aus bestimmten Gründen nichts mehr draus geworden. Ich habe den Wunsch mit mir herumgetragen durch die Zeit der Lehre, durch die Zeit der Arbeit, durch die Zeit, wo ich am Abendgymnasium war und überhaupt zu nichts anderem Zeit hatte. Und als ich danach gut im Beruf war, habe ich wieder angefangen, das Versuch zu schreiben. Ich bemerkte, ich kann es aber nicht. Ich brauche Leute, mit denen ich mich über das Schreiben unterhalten kann. Leute, die mir Tipps geben oder die auch vielleicht mal was von mir lesen. Und bin dann auf einen Fantasy-Club gestoßen, in dem man sehr viel selber zu den Magazinen beitragen konnte. Habe dort auch meinen Mann kennengelernt. Und da hatte ich plötzlich den Partner, den ich unbewusst immer gesucht habe. Jemanden, mit dem ich mir Geschichten erzählen kann, mit dem ich schreiben kann, mit dem ich in den Geschichten leben kann praktisch. Und wir haben es dann langsam gemeinsam entwickelt. Wir haben Mittel gefunden, auch durch äußere Einwirkung, gemeinsam zu schreiben und haben das vervollständigt und perfektioniert. Sie schreiben Ihre Bücher gemeinsam. Wie darf man sich diese Arbeitsteilung in der Praxis vorstellen? Es ist ganz einfach. Wenn einer von uns eine Idee hat, teilt es dem anderen mit. Und wir klopfen diese Idee ab. Ist sie zu verwirklichen? In welcher Zeit ist sie zu verwirklichen? Mit welchen Personen ist sie zu verwirklichen? Und wenn wir zu der Überzeugung kommen, dass es etwas werden kann, beginnt die Recherche. Wir besorgen uns Material, Bücher, Informationen. Wir reisen an die Orte, reden weiter drüber. Ich mache mir dann irgendwann Notizen. Und wenn ich der Ansicht bin, dass ich genug über die Geschichte weiß, setze ich mich hin und beginne, sie von Anfang bis zum Ende niederzuschreiben im Rohtext. Ihnen bekommt den von mir nochmal überarbeiteten Rohtext zu sehen, kritisiert ihn und ich arbeite an ihre Kritik in einer weiteren Überarbeitung ein. Und danach übergebe ich ihr eben meinen Rohtext in ihre Hände. Ja, ich bearbeite Kapitel für Kapitel den Text und gebe Selma dann jeweils das Überarbeitete zurück. Ich knete sozusagen den Text immer etwas durch. Das Ganze mache ich viermal. Die ersten beiden Male gebe ich ihm jeweils in der Maschine, gebe ich ihm dann jeweils die SD-Karte zurück, auf dem der Text steht, und bekomme sie dann mit Kritik zurück. Ich bearbeite die Kritiken, arbeite das wieder sorgfältig ein. Beim dritten Mal drucke ich allerdings aus, dann muss ich Elma sofort den Text geben, denn er behauptet, wenn ich erst einmal drüber war mit dem Bleistift, kann er nichts mehr lesen. Gut, ich bekomme dann von ihm das mit Bleistift korrigierte Manuskript zurück. Er arbeite meine eigenen Kritiken ein, auch mit Bleistift. Dann kommt das Schlimmste. Ich muss nämlich alles, was da drauf gekritzelt und geschmiert ist, in die Maschine eintippen. Das ist das einzige Arbeit, die ich nicht so besonders gerne mache. Dann gehe ich noch zweimal drüber in der Maschine und Elma bekommt jede Fassung von mir wiederum zu lesen, kritisiert sie. Wenn das durch ist, ist das Manuskript reif zum Abgeben an den Verlag. Entwickeln Sie eigentlich den jeweiligen Buchinhalt Kapitel für Kapitel vor dem Schreiben oder passiert das während des Schreibens? Es gibt Kollegen, die sich jeden Arbeitsschritt im Schreiben ganz genau ausarbeiten, die quasi ein Exposé machen für einen 500-Seiten-Roman, das so 70, 80 Seiten beinhaltet. Mir genügen meistens so um die zwischen 10 und 20 Seiten Notizen. Dann setze ich mich hin und arbeite einfach vorwärts. Ich weiß den Startpunkt des Romans, ich weiß das Ende und ich weiß einige Punkte dazwischen. Alles andere muss sich logisch und systematisch entwickeln. Sie haben mir bei der Wanderhure-Pressekonferenz in Landshut erzählt, dass Sie oft an drei oder vier Büchern gleichzeitig arbeiten. Wie schaffen Sie das da, den Überblick zu behalten? Es ist gar nicht so schwierig, da wir jedes Buch in einer anderen Fassung, in einer anderen Phase bearbeiten. Die letzte Fassung bearbeite ich ja, wie ich schon berichtet habe. Ich überarbeite eben fünfmal und Elmar kontrolliert jeden Teil, den ich mache. In dieser Zeit schreibt Elmar den Rotext für einen zweiten Roman. Wir arbeiten sehr intensiv auch an den Überlegungen, Ideen und Notizen, Unterlagen, Reisen für einen dritten Roman, sodass wir also alles zusammen bekommen, dass Elmar sofort anfangen kann, wenn seine Arbeit an dem Roman davor fertig ist. Und der vierte Roman, der wird eigentlich nur angedacht. Da werden immer wieder Dinge diskutiert, ob wir das Thema wirklich machen, ob wir es machen wollen, was wir alles tun müssen dafür. Es werden also die Reisen geplant dafür. Es wird Material aus dem Internet besorgt, sprich eigentlich Bücher bestellt oder Unterlagen, Zeitschriften bestellt, die wir als Unterlagen benutzen. Wir überlegen, was wir möglichst vor Ort ansehen müssen, machen also praktisch einen Reiseplan. Genau genommen macht Elmar diesen Reiseplan. Er macht alles, was um die Reisen herum geht. Und es sind aber auch, es schweben dann aber auch schon wieder andere Ideen, die gelegentlich mal angeschnitten werden im Raum. Die sind leider nicht abzuwehren. Kommen wir zur Wanderhure. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie die Idee zum Schreiben dieses Buchs hatten? Ich habe als junges Mädchen oder als junge Frau ein Buch gelesen, das hieß »Und sie schämten sich nicht« von Joachim Fernau »Die Sittengeschichte der Deutschen«. Und ganz am Anfang auf dem Vorsatzblatt stand ein Ausspruch eines Mannes, der damals dabei war in Konstanz, als das große Konzil stattfindet. Er schrieb ungefähr, als wir, also die Konzilsteilnehmer, nach Konstanz kamen, gab es in der Stadt drei Hohenhäuser. Als wir wieder gingen, gab es nur noch eins, aber das reichte von einem Stadtturm bis zum nächsten. Ich war schockiert. Ich war irgendwie schockiert. Der ganze Sachbuch hat mich nicht so schockiert wie dieser Ausspruch. Ich habe mich gefragt, wie kann eine Großstadt damals, 6000 Einwohner, eine Bischofsstadt, eine Bigotestadt, wenn man es genau nimmt, plötzlich zu einem Hurenhaus verkommen. Und die Frage habe ich Elmar immer wieder mal gestellt im Laufe der Zeit, die wir zusammen waren, bis er sagt, jetzt fahren wir nach Konstanz und recherchieren die ganze Sache. Wir haben dort die Chronik von Konstanz gekauft und in der stand nicht nur drin, was geschehen war damals, sondern auch die Auflösung für unseren, der sich damals zusammenbrauenden Roman, der später die Wanderhure ist. Wie gesagt, wir waren in Konstanz, haben uns die Sachen besorgt, nicht nur die Chronik, sondern auch andere Bücher über das Konzil. So war im Konzil auch zu lesen, dass ein damals bekannter Konstanzer Bürger aus seinem Haus mit seiner Frau, seiner Tochter und seinen beiden Mägden ein Hurenhaus gemacht hat, um Geld zu verdienen. Und es stand auch drin, dass viele Mägde nebenbei verdient haben dadurch. Und die nach Konstanz gerufenen Huren deswegen stocksauer waren, weil die Amateurkonkurrenz ihnen das Geschäft kaputt gemacht hat. Und stand dann auch in der Chronik das, was bei uns der Höhepunkt des Romans war. Und so versammelten sich die Huren auf dem oberen Münsterplatz und erhoben, als seine Majestät aus dem Münster-Tor trat, ein wüstes Geschrei. Sprich, also der Aufstand der Huren, der war tatsächlich da. Und der Kaiser stand davor, die entweder zerstreuen zu lassen oder nachzugeben. Aufgrund der Tatsache, dass im Durchschnitt um die 20.000 bis 30.000 Gäste bei einem Konzil waren, hat er sich für das Nachgeben entschieden. Und es wurde dann doch etwas durchgegriffen. Allerdings war es so, dass noch eine Generation danach die schlimmste Beleidigung, die einem anderen Konstanz an seinen Kopf werfen konnte, die Bezeichnung Du Konziliumskind war. Was glauben Sie, warum ist die Wanderhure ein derart großer Erfolg geworden? Was zeichnet dieses Buch Ihrer Meinung nach ganz besonders aus? Wahrscheinlich der Reiztitel. Unser eigener Titel war die Hübschlerin. Und unsere Agentin sagte damals, Hübschlerin kennt doch kein Mensch. Wovon handelt das Buch? Von der Wanderhure? Wir nennen es die Wanderhure. Es hatte zur Folge, dass eigentlich niemand das Buch verlegen wollte, bis auf eine Dame im Verlag, die es dann auch durchgesetzt hat. Und es war der Reiztitel. Er macht neugierig. Die Leute haben es sich zwar geniert, es zu kaufen, da kamen dann so Worte wie die Wanderbuche oder mir fallen Sie jetzt nicht ein. Es war damals eine sehr lustige Sammlung von... Die Wanderhure. Ja. Und trotzdem haben Leute aller, also fast alle Altersklassen dieses Buch gekauft oder sich kaufen lassen. Es war das Lustige, dass viele Frauen es für ihre Männer gekauft haben, sich hinterher bei uns beschwert haben, dass sie es nicht als erste lesen konnten. Die Wanderhure-Reihe besteht bisher aus neun Bänden. Am 1. September 2023 erschien der bisher letzte Band der Reihe, die junge Wanderhure. Wird es auch einen zehnten Band geben? Es wird einen zehnten Band geben. Der bis jetzt ins Auge gefasste Titel ist die Wanderhure Intrigen in Rom. Er handelt von der bereits alten Marie, die noch einmal all ihr Können und ihr Wissen aufbieten muss, um etliche Knoten aufzuknüpfen, ohne sie mit Gewalt auseinanderschlagen zu dürfen. Es war eigentlich der neunte Band von uns, der Abschlussband, weil die junge Wanderhure war, haben wir auf entsprechenden Wunsch des Verlags und unserer Agentur geschrieben. Gegen den Verlag hätten wir uns vielleicht zur Wehr setzen können, aber gegen beide nicht. Was ist das eigentlich für ein Gefühl für Sie, wenn Sie die Wanderhure auf der Theaterbühne gesehen? Ich habe eine Leidenschaft dafür entwickelt, Fernsehen zu wollen. Das von Theaterlust haben wir uns dreimal angesehen und wir haben bis jetzt jede Aufführung in erreichbarer Nähe uns angesehen. Es ist immer faszinierend zu sehen, was Menschen, die auch künstlerisch interessiert und künstlerisch begabt sind, daraus machen. Aus der Idee, die wir damals hatten, die wir dann noch recht naiv in einem Roman umgesetzt hatten. Das war ja erst unser zweiter Roman. Und was daraus wird und wie andere es schaffen, eine ganze Zuschaueranzahl zu faszinieren. Das ist für mich einfach wunderbar. Ich liebe das. Also mir geht es ähnlich wie meiner Frau. Ich liebe es zu sehen, wie die von uns gestalteten Figuren wirklich Leben annehmen und da auf der Bühne das darstellen, was wir im Grundzügen geschrieben haben. Natürlich hat jeder Regisseur, jede Regisseurin ihre eigene Hand. Und auch wenn es dasselbe Konzept ist, jede Fassung ist ein bisschen anders. Aber jede hat ihren ganz besonderen Reiz. Deshalb sind wir auch so gespannt auf Landshut. Weil welchen Reiz wird die haben. Wir tun unser Bestes. Ich kann es Ihnen versprechen. Wenn Sie zum Beispiel in Bad Hersfeld die Andrea Kleven erlebt haben, wie sie bei sieben Grad Außentemperatur und leicht Nieselregen mit fast nichts bekleidet gespielt hat, das kann man nur mit einer künstlerischen Leidenschaft tun, die nur wenige Menschen besitzen. Und bei den anderen Aufführungen war es ähnlich. Es war immer etwas dabei, was diese Aufführung da ganz besonders herausgehoben hat. Nochmal, wir tun unser Bestes. Wo ich ja am meisten darauf gespannt bin, bis jetzt ist die Fassung für die Freilichtbühne auch wirklich immer auf der Freilichtbühne, also im Freien aufgeführt worden, mit viel Raum. Aber diesmal soll es ja in einem Saal stattfinden. Und das macht mich besonders neugierig. Das wird eine ganz andere Atmosphäre geben, eine ganz andere Dichte. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ja, wir sind voll in den Proben. Und die Proben laufen bis jetzt wirklich gut. Und natürlich wissen wir, dass Sie zur Premiere kommen. Und das gibt dem gesamten Ensemble natürlich nochmal einen Motivationsschub. Nochmal eine Frage zu Ihren Pseudonymen. Warum haben Sie sich eigentlich noch so viele weitere Pseudonyme zugelegt? Befehl unserer Agentin, für jeden Verlag, für jedes Thema, also für jedes Front Re, ein neues Pseudonym. Ganz einfach. Wir könnten nicht unter Annie Lorenz Fantasy oder Krimis bringen. Es würde nicht akzeptiert. Annie Lorenz steht für historische Romane. Nicola Marni steht für Thriller. Unsere Sandra Melli steht für ganz spezielle Fantasy-Romane. Wir mischen, das heißt unter dem gleichen Pseudonym, verschiedene Genres bedienen, macht das für den Leser schwierig. Und für den Buchhändler noch schwieriger. Und wenn unsere Agentin sagt, jedes Mal ein neues Pseudonym, dann tun wir das auch. Sie weiß, wie es geht. Ich sage mir immer, wo Annie Lorenz draufsteht, soll auch Annie Lorenz drin sein. Und nichts anderes. An welchen Projekten schreiben Sie denn im Moment? Wir bereiten eigentlich ein Projekt vor, eine Trilogie, die zur Zeit der jungen Hanse, der frühen Hanse oder zur Zeit Waldemar Dachs spielt, den Königs. Wir fahren deswegen jetzt nach Lübeck und Wismar und können dort mit einer echten Kogge fahren. Das war ja das Handelsschiff der damaligen Zeit. Und es gibt einen Nachbau in Wismar. Es soll auch einen Nachbau in Lübeck geben, den wir uns zumindest ansehen können. Wir wollen uns in diese Zeit richtig reinarbeiten. Ansonsten sind wir noch an der älteren Trilogie. Was heißt älter? Wir arbeiten da noch an den letzten Romanen fertig zu bringen. Und wir haben da so einiges an Planungen. Aber da müssen wir auch mal mit unserer Agentin und dem Verlag darüber reden, wie es dann weitergehen soll. Natürlich in unserem Sinne. Was machen Sie eigentlich in den Stunden, in denen Sie nicht am Computer sitzen und schreiben oder Ihre Texte redigieren? Wie wäre es mit schlafen? Essen bereiten, Frühstücken oder so, Mittagessen, kochen und essen, Abendessen, einkaufen, was ich von Selma am meisten mache. Alles sowas um die Steuer und Buchhaltung und so geht. Zu Agentur fahren, mal uns mit der Cheflektorin aus dem Verlag treffen, mal hier in Poing uns mit dem Altbürgermeister und anderen Leuten treffen, zu bestimmten Themen, die dann auch dann gehen. Wie zuletzt, wo es ums Gymnasium hier in Poing ging, wo ein neuer Verein gerade gegründet wird, wo wir wohl Mitglied werden. Und ja, sonst fällt mir nichts ein immer. Gelegentlich mal eine DVD sehen. Doch, das ist auch so manchmal der Fall. Gibt es da spezielles Genre? Ja, derzeit sind es englische Krimis. Wir haben also durch die Pandemie, man konnte ja nichts mehr tun, und haben einfach begonnen, Inspektor Barneby anzusehen. Und dann kam Vera, ein ganz spezieller Fall, Inspektor Lewis. Und derzeit sind wir bei Bergerac, den Schauspieler... John Nettles, der eigentlich auch Barneby spielt. John Nettles als junger Mann, ja, der später den ersten Barneby spielt. Das ist die Krimi-Serie auf den Kanalinseln. Auf Jersey, ja. Und es ist eigentlich sehr schön, wir versuchen es am Wochenende, Samstag und Sonntag, eine Folge zu sehen. Und das ist sehr entspannend, auch inspirierend. Und ansonsten bereiten wir halt neue Romane vor. Das muss ja auch sein. Abschlussfrage. Was ist eigentlich außerhalb Ihrer Romane Ihr ganz persönliches Lieblingsbuch? Es gibt so viele schöne Bücher. Ich habe kein Lieblingsbuch. Oder sagen wir, mein Lieblingsbuch ist immer wieder mal ein anderes. Wo ich mich gern daran erinnere, ist Alexander Dumas, der Graf von Monte Cristo, weil das auch wichtig war in meiner Entwicklung. Und wie gesagt, es gibt einfach verdammt viele schöne Bücher. Und ich möchte keins von denen, die ich gern gehabt habe und gelesen habe, vermissen. Ich könnte sagen, mein Lieblingsbuch ist immer das, das ich gerade mal lese. Aber es ist ähnlich wie bei meiner Frau. Ich habe so viele Bücher gelesen. Ich könnte höchstens sagen, okay, die, das, das und das sind nicht gerade meine Lieblingsbücher. Aber was mein Lieblingsbuch ist, kann ich nicht beantworten. Dafür gibt es so viele schöne, gute Romane. Liebe Frau Glocke, lieber Herr Wohlrath, vielen herzlichen Dank für dieses superspannende Interview und dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein durfte. Alles Gute für Sie und viel Erfolg für Ihre zahlreichen Buchprojekte und für Sie persönlich. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank und Ihnen viel Erfolg mit der Wanderhure in Landshut. Wir werden ganz genau darauf achten, wie sie gespielt wird. Lassen Sie sich nicht irritieren. Wir freuen uns riesig auf den Besuch in Landshut. Nein, ich habe mich eher motivieren lassen und unser Ensemble mit Sicherheit genauso. Wir sehen uns spätestens bei der Wanderhure-Premiere in Landshut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Schluss darf ich Ihnen noch einmal www.theater-nicola.de sowie die Facebook- und Instagram-Profile des Theater Nikola Landshut ans Herz legen. Hier finden Sie immer wieder aktuelle Informationen zur Wanderhure-Produktion und zum Kartenvorverkauf, der am 30. März 2024 beginnt. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Wir würden uns sehr freuen, Sie bei einer Wanderhure-Vorstellung in Bernlochner in Landshut begrüßen zu dürfen. Alles Gute und Servus. Muster 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020